Indoor-Tec FN entfernt Unebenheiten im Belag in nur drei Schritten und das komplett werkzeugfrei. Das System besteht aus einer Gewindelasche, die für die Fugenbreiten 1,5, 2 und 3 mm verfügbar ist und einer zweiteiligen Zughaube. Außerdem kann Indoor-Tec FN für alle Fliesenhöhen zwischen 3 und 20 mm genutzt werden. Zuerst wird die Gewindelasche in der Fuge platziert. Anschließend wird die Zughaube auf die Gewindelasche aufgesteckt und arretiert. Die integrierten Arretierstege gewährleisten, dass sich das System in der Fuge verankert und somit keine Kratzer oder Abdrücke auf der Belagsoberfläche erzeugt. Durch das Festziehen der Zughaube werden die Überzähne der Fliesen im Kleberbett ausgeglichen. Nun wird die Zughaube beispielsweise mit einem Gummihammer abgeschlagen. Die Reste der Gewindelasche werden dann entfernt. Somit ist die Zughaube mehrmals nutzbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.gutjahr.com. www.gutjahr.com.